Die Verwendungsreihe weist Mannschaften und Unteroffizieren der Deutschen Marine als Zugehörige eines bestimmten fachlichen Aufgabenbereichs aus. Gekennzeichnet wird die Verwendungsreihe durch runde Aufnäher- bzw. metallene Aufstecker auf den Armen der Matrosenblusen und der Anzugsjacken und den Schulterklappen am Dienstanzug. Am Dienstanzug der Mannschaftsdienstgrade wird der Aufnäher unterhalb des Dienstgradabzeichens aufgenäht. Bei Unteroffizieren ohne Potepä in dessen Mitte und bei Unteroffizieren mit Potepä oberhalb des Dienstgradabzeichens. Er ist in der Farbe dunkelblau, besteht aus dem gleichen Stoff wie der Anzug und ist mit goldfarbener Stickerei ausgeführt. Die Aufnäher der Blusen sind weiß mit dunkelblauer Stickerei. Die Schulterklappen der Diensthemden sind entsprechend gestaltet. Abzeichen für Mannschaften und Unteroffiziere Verwendungsbereich Seemännischer Dienstdienst anzukaufenäher Zehner Verwendungsreihen Zwanziger Verwendungsreihen Dreißiger Verwendungsreihen Vierziger Verwendungsreihen Fünfziger Verwendungsreihen Sechziger Verwendungsreihen Siebziger Verwendungsreihen Verwendungsreihe 81 Verwendungsreihe 85 Offiziere des Militärmusikdienstes Angehörige des Semänischen Dienstes erfüllen an- und unterdeckt Tätigkeiten, die für die sichere Befahrung der Gewässer notwendig sind. Einschließlich der allgemeinen Routinearbeiten an Bord eines Schiffes. Verwendungsreihe Elfedecksdienst Verwendungsreihe 12 Navigation Verwendungsreihe 13 Signalbetrieb Die mit dem Marineführungsdienst betrauten Personen sollen A. Die Kommunikation und Führung des Schiffes sicher gewährleisteten Verwendungsgruppe 2102 Fernmeldebetrieb Schreibfunk See Verwendungsgruppe 2203 Elektronische Aufklärung Verwendungsreihe 23 Überwasseroperationsdienst Verwendungsgruppe 2328 Elektronischer Kampfmarine Verwendungsreihe 24 Unterwasseroperationsdienst Verwendungsreihe 25 Fernmeldeelektronik Verwendungsreihe 26 Navigation Verwendungsreihe 27 Signalbetrieb Verwendungsreihe 28 Elektronischer Kampfmarine Verwendungsreihe 29 Sprechfunkaufklärung Hier arbeiten Spezialisten im Umgang mit Artillerie, Torpedo, Minen, Flugkörpern und Munition, die die Kampffähigkeit gewährleisten sollen Verwendungsreihe 31 Waffenmechanik Verwendungsreihe 32 Früher über Wasserwaffenelektronik Jetzt Teil der VR 46 Verwendungsreihe 33 Unterwasserwaffenmechanik Verwendungsreihe 34 Kampfschwimmer Verwendungsreihe 35 Jetzt in VR 31 Früher Sperrwaffenmechanik Verwendungsreihe 36 Unterwasserwaffenelektronik Verwendungsreihe 37 Minent Aucher Die Betrieb, Wartung und Instandsetzung der Schiffstechnik und Schiffselektronik ist das Aufgabengebiet von Soldaten des Marine-Technik-Dienstes Verwendungsreihe 41 Dampftechnik Verwendungsreihe 42 Antriebstechnik Verwendungsreihe 43 Elektrotechnik Verwendungsreihe 44 Schiffsbetriebstechnik Verwendungsreihe 46 Marine-Elektronik Verwendungsreihe 48 E-Systembetreuung Dieser Verwendungsbereich ist für Betrieb, Wartung und Instandsetzung von Luftfahrzeugen einschließlich zugehöriger Ausrüstung zuständig Verwendungsreihe 52 Luftfahrzeugwaffen-Munitionstechnik Verwendungsreihe 53 Luftfahrzeug-Ausrüstungstechnik Verwendungsreihe 54 Luftfahrzeug-Triebwerk-Bodengerätetechnik Verwendungsreihe 55 Fluggerätetechnik Verwendungsreihe 56 Flug-Ausrüstung Verwendungsreihe 57 Luftbilddienst Verwendungsreihe 58 Flugsicherung-Flugabfertigung Verwendungsreihe 59 Luftfahrzeug-Elektronik Angehörige dieser Verwendungsreihen sind zuständig für Verwaltung und Versorgung der Truppenteile Der Schiffskoch gehört der VR 62 an Verwendungsreihe 61 Stabsdienst Verwendungsreihe 62 Verpflegungsdienst Verwendungsreihe 63 Materialbewirtschaftung Verwendungsgruppe 6310 Materialbewirtschaftung SKB Verwendungsreihe 65 Allgemeiner Marinendienst Verwendungsreihe 66 Elektronische Datenverarbeitung Diesen Verwendungsreihen werden Soldaten zugeordnet, die U.A. die infanteristischen Aufgabenstellungen der Marine erfüllen sollen Verwendungsreihe 71 Amphibischer Dienst Verwendungsreihe 72 Küstenumschlagdienst Verwendungsreihe 73 Kraftfahrbetrieb Verwendungsreihe 74 Kfz-Instandsetzung Verwendungsreihe 75 Strandmeister Verwendungsreihe 76 Marineschutzkräfte Früher Küstensicherungsdienst Marinesicherungsdienst Verwendungsbereich Besondere Dienste Verwendungsreihe 81 Sanitätsdienst Verwendungsreihe 85 Militärmusikdienst Abzeichen für Offiziere und Offizieranwärter Offiziere und Offizieranwärter werden nicht in Verwendungsreihen eingeteilt. Für sie gibt es Laufbahnabzeichen. Offiziere bzw. Offizieranwärter des Truppendienstes oder des Militärfachlichen Dienstes tragen einen fünfzackigen Stern, der mit einer Spitze nach oben zeigt. Sanitätsoffiziere bzw. Sanitätsoffizieranwärter den Eskulabstab mit Schlange zarnetzte ebenfalls die Schlange am Stab. Jedoch nur mit zwei Windungen des Schlagenkörpers und Apotheker nur die aus einer flachen Schale nach oben gerichtete Schlangen. Die Farbgebung entspricht der Verwendung wie oben beschrieben. Das Abzeichen der Offiziere des Militärmusikdienstes zeigt eine Lyra. Offiziere des Militärgeografischen Dienstes tragen ein Abzeichen, das eine stilisierte Weltkugel und mit sich den Schriftzug GEO zeigt.